Hi Leute! Willkommen in der Part 4 jetzt. So, jetzt geht's mal los. So. Geht's gut? Ja, ja. Okay. Brauchst du etwas? Dann sag mir. Okay. Hier schon dicht. Geht's gut? Ja, ja. Okay, dann bin ich überrascht. Ich habe aber Hunger. Okay, ich hole dir es. Ähm, du? Ja? Du passt ja nicht hier. Tut mir leid, weil du nicht mein Freund hast. Aber du musst zu Hause gehen. Okay. Hallo? Ja, ich fühl mich gut. Okay. Okay. Hier. Ich will dein Buch lesen. Okay. Das war in die Gruselfamilie, auch hier. Stimmel und Stimmel. Oh nein. Was ist los? Sie fühlt sich so schlecht. Oh. Sie wurde abgeholt. Ja, ich weiß. Ich hole sie ab jetzt. Und hier. Ah gut. Komm, was ist hier dann? Ich hole dir etwas hier. Ihr könnt ja jetzt weiterkommen. Okay. Chubsgeist blöcke. So. Ufff! Steig? Ja, es ist hier. Die ist hier. Ach. Ich hole dir das. Ich hole dir das. Ich hole dir die. Ich hole dir das. Ich bin hier. Oh, da war ich schon hier. Okay, ich schicke mal, ob du Corona hast. Oh nein, du hast Corona. Oh Mann, es tut mir leid. Ähm, ja, deine Tochter hat Corona, sie muss hier zwei Wochen bleiben. Was? Okay, okay. Tschüss. Tschüss. Ist hier kein Doktor? Nein. Oh mein Gott, ich hole eine. Ja. So. Ich bin hier, dein Baby zu checken. Ich schläft. Okay. Brauchst du noch etwas? Nein, nein. Okay. 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 Also, ich bin ali mit. Ich schlafe jetzt okay, ich bin fast blöd. Ich bin doch so müde. Ich schlafe jetzt irgendwie. Ist das nicht ein Blödschen? Ich schlafe jetzt ein Blödschen. 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 Um, hier. Ist er noch einer? Ja. Eis. Eis. Oh, ich habe es vergessen. Komm, du auch. Hier muss ich auch noch checken. So. Hm, sehr gut. Oh, das ist schlecht. Okay. Hier ist eure Freizeit. Wenn ihr immer hier wollt, dann kommt einfach hier. Okay. So cool. So cool. So cool. Heißt? Tschüss. Ich gehe immer, ja? Ich gehe immer, ja? Sorry, eine neue Familie. Kommt jetzt oben da. Jetzt bleib. Wirst du hier? Bleib. Wo? Hier. Okay. Okay. Kannst du meine Kleidung her? Ja. Ist er noch hier bleib? Nein. Es bleib, das ist hier. Okay, kommt. Aberde Ditku. Ja, ísistu einst er. Látt ég glera að, er ekki smutinn fennur inn í Sjenbóli? Það er sko fölvæðin að slíða. Jón, er ekki bara spila svona og minni? Bücher Oh Und das mitgebringt Ah gut Nicht das da Ich habe noch ein paar Bücher mitgebringt Hier Das da Wenn ich nicht machen soll Hier Danke Jetzt gehe ich mal nach oben Okay Ist so langweilig Da oben ist besser noch So langweilig So langweilig Okay Tun sie mit Ich muss dringend sein Muss hauen sein Okay Okay Hallo Kommen sie schnell Vielleicht geht es dann doch nicht so gut Und wir müssen operieren Und sie Ja Und sie kommen können Komm bevor sie stirbt Ich bin hier Okay bleiben sie im Wartezimmer Oh mein Gott Die ganze Blut. Oh mein Gott. Ich muss die Blutdings... Ich hab alles aufgewischt, gut. Ich hoffe, sie lebt. Okay. Dann sind sie ganz gut für den Fisch. Links wieder zurück. Ich hab's. Nein. Sie lebt leider nicht. Schmerz Tut uns so leid Ist egal Komm schon Komm ich bring sie mit dem Grab mit euch Sie muss hier vergrabt werden Ganz kurz weiter Cancel Lolli 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 Ich habe Hunger. Okay. Ich geb mal dies, ähm, nachher Bescheid. Ja, was klingelt denn? Hallo, was ist los? Ich wollte sagen, Sarah aus Trudy kann ich leider nicht mehr besuchen. Sarah? Was? Ja, ist mir leid. Ich hab's so traurig gemacht. Ich hab's auch. Ich esse ihn gleich. Ich hatte vorher gehabt, ob die Essen. Ja, ich hab's. Danke, tschüss, tschüss, oh nein, so was tut, aber egal, ich bin da, wills essen, ja, njam, 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 Florian, hier, okay, tschüss, 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 Es muss ich aufslafen. Komm her. 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 wach auf guten morgen mama guten morgen ich muss jetzt zu krägern ja komm jetzt nicht hin ich mach dir frühstück so hier danke bitte ich war okay ja ich schweizu ich schweizu ich schweizu nicht dass es zu spät wird für dich ja weil er hat mir sache gesagt morgens gehen wir 7 uhr 30 und es ist gerade 7 uhr 20 ich habe zu gestern danke für mich auch freilich zu spät und sarah ist tot wie bitte so gut ich gehe mit das ist tot so gut so gut ich wollte ein kühler stinker schulen schule kohle trip aber ja sagen es nicht da wir können es leider nicht mehr machen oh sorry leute ich muss nicht das sagen okay wir reden jetzt über sarah okay sarah ist leider tot meine nein doch du hast hier selber betrogen habe ich gar nicht sowohl das war meine cousine so gut war es nicht da wir sind nicht von oben wer hat die schönste die giftigste pilz auf liege ich so will ich hier hier ist mein haus jetzt wo ich allein lebe bist du nicht tot nein das ist meine lüge ich bin nicht tot doch ich bin ein lehrer ich lebe noch und es ist gar nicht wahr ich bin gar nicht tot sagt keiner gott sei dank dass er nicht tot ist hier dein haus ja ja cool kommst du vielleicht hier das war die letzte part tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020